Servus, heute bei den Streckenvideos geht es um die Burgessen und zwar um die Route Forestier. Hierbei wird jetzt diesmal ein Stück gezeigt, was von der D35 zwischen Bitt und Sturzenbronn anfängt über die Rüth Mosbach, die Route Forestier Blessenberg und schlussendlich über die Route Forestier Duvaldeck runter zur D162 App führt, die an sich dann auf die D662 rausläuft, die dann auch Pilbsburg führt. Ich wünsche euch einfach mal viel Spaß, Salud! Hier nun von Sturzenbronn kommt auf der D35 die Abzweigung zu Hut Forestier Moosbach. Sturzenbronn Musik Das war's für heute. Es ist schon so, Wir kommen hier zum Ende der Rufe, ich sehe an Ausbach. Nach einem kurzen Übergang gelangen wir dann auf die Route Forestière-Blessenberg. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Dies bitte ich zu entschuldigen. Nach dieser Kreuzung beginnt dann bereits die Route Forestière-du-Valdeck. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020 Und somit kommen wir nun zum Ende dieses Waldsträßen und befinden uns an der D162F auf der Weiterfahrt zur D662. Und somit kommen wir nun zum Ende des ZDF, 2020